Servus die Malen und grüße euch die Bum. Ja, wie ihr es auf den Eingangsbildern vielleicht schon gesehen habt, da war wieder ein ordentliches Duner wieder bei uns. Da ist ordentliche Wassermassen, was da entlang runter geht, hat man ja an die Rinnen gesehen, gewaltig wieder einmal. Ja, das hat natürlich wieder einmal meine Rowletour total zusammen gehabt. Das Wochenende war dahin, weil für die Rowletour hätte ich den ganzen Tag geplant. Da hilft mir nichts noch ein halber Tag und wir haben es jetzt wieder einmal 15 Uhr und daher gehe ich ein bisschen am Hausberg auf, ich gehe am Steinbruch. Eben im letzten Ding habe ich schon einmal angefangen, ein bisschen wieder aus zum Schnitzen, so ein Spachterl oder was und ich will mich heute vielleicht einmal in einer Gabe probieren. Mal schauen, mehr als nichts werden kann es nicht. Aber man ist halt ein bisschen in Arbeit. Also, gehen wir einmal. Ja, wie es da so geschieht hat, hat es angekühlt auf 19, 20 Grad und jetzt, wenn die Sonne durchbricht, haben wir schon wieder 23, 24, gar nicht noch mehr. Ja, Wahnsinn. So, mir fällt gerade ein, wir kommen da in die Gegend, wo die eine Architee steht. Schauen wir mal, ob die schon aufgeblüht ist. Ja, leider, das war es gewesen, die ist schon wieder verblüht. Schade, ganz eine seltene Architee, wo es nur da bei unserem Berg herumwächst. Ja, war nicht später, was da ist. Hubschrauber. Ja, hört es leider nicht erkennen, aber da umzischt und da auch, lauter Bienenfresser sind da unterwegs. Ja, das sind die, wo ich die bunten Federn das letzte Mal gefunden habe. Da sind ein paar unterwegs. Ziemlich viel, super, sind es wieder da. Ja, aber, jetzt sind wir gleich wieder um, haben wir es wieder geschafft. Es ist wieder extrem viel. Ja, wenn ich den Ausblick sehe, weiß ich, bin fast da. Ja, weil ich das sehe, weiß ich, da ein anderer auch da. Naja, stecken wir ja nicht mehr mit. Ja, da ist kein bisschen angenommen mehr hin. Ja, feucht genug. Schaut es zwar aus, aber das ist nicht wirklich. Das ist gar nicht schön in den Boden eingesunken. Das, was es gekriegt hat, das hat es gleich wieder alles drauf angeschwappt. Auch schon schön zugewachsen da herum. Jetzt hört sich das einmal an, was man da hört. Nix außer ein paar Vogel. Supi. Ja, da schaut sich gar nicht so zufrieden aus. Kein Sauerei, nix. Na, alle Achtung. Holt in Hülle und Fülle. Ja, mein Übernachtungsplatz. Ja, alles als beliebtes. Ja. Kanellkirschen, aber die sind noch nicht. Die sind noch weit. Hm, haben ja alle Dessen. Die sind normal für sich auch gut. Wird ein bisschen dauern. Auch wenn ich schon da bin. Weil ich trotzdem einen Hupfer zur Aussicht führe schon. Es ist immer wieder ein schöner Blick da. Und da ist auch gleich wieder viel angenehmer. Im Schatten. Wieder beeindruckend. Und da oben schauen. Aber wenn man kein richtiges Fernsehen tut. Wasser nimmt. Aber das tut gut. Ja, wie immer wieder alles trieb. Da drüben kann man die Donau wieder sehen. Wird so in der Action kann man nicht sehen. Ja. Mei Hauswald. Was tät ich ohne den? So. Und jetzt gehen wir zurück. Und ein bisschen was schnitzen. Längängdem bin ich hochgekommen. Bevor es wieder regnet. Wie gesagt. Schon zu 18 Uhr soll es anfangen wieder. Aber gut. Das weiß man ja nie. Wie sich das an die Wettervorhörsage hält. Ja. Ich habe mir das da jetzt ein bisschen gemütlich gemacht. Habe mir eigentlich schon mal. Eingesagelt. Habe ich nicht wahrgezeichnet. Wie ich die Gabe machen will. Und jetzt fahren wir mal zum schnitzen. Ob es was wird. Keine Ahnung. Das sehe ich dann eh. Ja. Schauen wir mal. Richtig ist einmal der Anfang. Und dann kann man immer noch weiter schauen. Ich habe jetzt sicher jetzt auch mein kleines Victorinox dabei. Das braucht man auf alle Fälle für die Zwischenräume da zum Ausserschneiden. Ja. So schaut es dabei aus. Jetzt kommt der schwierige Teil dann davon. Na ja. Schauen wir. Hier gibt es nur quasi ein Käfchen aus dem Sackerl. So. Weiter geht es. Ja Freunde. In dem Sinne wieder. Gruß an meine Krankensessel. Gesund werden. Und Gruß an die Rest. Röstlichen. Ja. Eh schon wissen. An die Gesunden. Prost. Ah ja. Ist okay. Ich bin jetzt am Arbeiten da. Hahaha. Hasch. Schauen wir mal. Ja. Ach. Schauen wir mal. Oh das ist ja schon dran was. ja dass es so ausschaut wie wenn es wieder umschlägt und sie haben ja auch gesagt dass es bald gewittert wäre lieber zusammenpacken und wäre sicher jetzt aber heimgehen dahinten ist schon schwarz überall kann ich anders mal weiter schnitzen ja gehen wir bevor es feucht wird ja freunde dahinter steht ja schon die droschke und ich bin da mal trockenen fußes nach oben kommen ausschauen tut es natürlich urtrieb rundum und um grau in grau wohin ich schaue aber jetzt ist mir schon wurscht ich bin schon beim auto in dem seien sag ich wie immer danke fürs zuschauen danke fürs dabei sein wünsche ich euch noch einen schönen tag schöne woche und sag Servus die Malen und pfiat euch die Buben so ja Untertitelung des ZDF, 2020